Ja, grüß Gott. Seid's gut drauf? Ja. Ja, das war aber ein laues Lüftchen. Zweite Chance. Seid's gut drauf? Ja. Ja, ist ein bisschen gedämpft durch die blöde Masken. Also herzlich Willkommen bei der volltreigsten Weißwurst-Seminar in Bayern, so mit der Welt. Hier in dem bayerischen Weißwurst-Mecher Arberland. Wie ihr alle wisst, haben wir eine blöde Zeit. Müssen wir so damische Masken haben. Anders geht's leider nicht. Hoffen wir, dass es bald um ist, die Zeit und dass es wieder normal geht. Wir sind ja nicht in irgendeiner Metzgerei, sondern in einer der zehn festen Metzgereien in Bayern. Die Metzgerei Einzelne ist Träger vom Staats-Ehrenpreis und darf sich somit zu den zehn festen Metzgereien zählen. Also wir spielen heute Champions League. Sozusagen. Könnt ihr mich verstehen? Da drin? Im Stiegel? Gut. Ich möchte euch mehr kurz vorstellen. Mein Name ist Bertl. Das war's. Ich bin Botschafter für den Freistaat Bayern und offiziell bestellter Bayerischer Weißwurst-Botschafter. Er hat mich mit der Metzgereiung Arberland und seit über 60 Jahren Genießer der Weißwurst. Also ich bin weiß ich mit der Weißwurst aufgewachsen. Und, da bin ich auch besonders stolz, ich bin ein Original-Bavarian-Aporicine. Wow! Also für die, die es nicht verstehen, ein Ureinwohner. Ein Ureinwohner vom Bayerischen Wald, ein extra Bodenmeister. Und das freut mich natürlich, dass ich den Paradies zur Welt gekommen bin und den Paradies leben lassen. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Entschuldigung, ich bin jetzt aufgewachsen. Tömer, mir über das. So großartig ist. Ich bin so gut. Klar, ich bin so gut. Das war alle.